Hey und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge ARK Spiral-Miliodär Was? Miliodär? Der muss immer irgendeine Standard Scheiße sagen Dafür hast du einen Schlag geklickt Ich geb dir gleich auch einen Schlag Du hast mich getötet zum Schluss Eigentlich ist der total sinnlos Steven, oder? Ja, nice Lass umzubauen hier Wir bauen eh ein Holzhaus Aber ich würde sagen in der Nähe bauen wir ein Holzhaus, oder? Oder? Äh, ja Auch am Stand Lass obendran, lass obendrauf Obendrauf Stell dir mal vor, bester Frank EU Ich tu mir Dino, äh, Dido Och, Dodo Dodo Zemen Nenn den Dido Dodo 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 drin ist. Das ist ein Attentat. Schau mal vor, da ist ein Gift drinnen. Ja, kann ja sein bei dir. Oh. Ups. Ne, ne, ich hab dem Essen gegeben. Berries. Ich bei ihm, aber... Warte, was ich halte ich dir. Ah, ich übrigens. Jetzt sag mir mal, wie viel kannst du tragen? Äh, gleich sag ich's dir. Wie kann ich sie in sein... Ah, ihr meintauscht. Weil ich bin nicht so oft auf Gewicht gegangen. Ich bin nur fünfmal auf Gewicht gegangen. Ich schon eigentlich. Ich bin eher so auf Geschwindigkeit und Nahkampfspeed gegangen. Und Ausdauer, äh, und Gesundheit. Hm, warte. Deswegen, ich mach mehr Schaden als du. Rede, ich mach mehr Schaden als du. Na klar. 30, äh, 170, 170. Ja, okay, du machst, du hast nur 20 Kilo Kapazität mehr als ich. Ah, wir müssen noch einen Grabstein aufstellen. Für Sorry. Für Sorry. Oh. Aber die Folge ist... Warte. Wir stellen noch einen Grabstein auf für Sorry. Komm, ein Grabstein für Sorry. Und dann ist die Folge 2. Ähm, was brauchen wir für den Grabstein überhaupt? Safestine. Ja, Stein. Sollte eigentlich. Schon safeterweise. Ähm. 70 Stein. Was ist... Äh, Zementbaut. Was brauchen wir dafür? Oh. Oh. Oh, leil. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Dann können wir es jetzt doch nicht machen. Geh, die Zement kriegst du, wenn du einen Biberdamm findest, mit dem du dann abboxst oder reinguckst. Ja. Okay, dann sorry, sorry. Aber gut, dann beenden wir jetzt einfach die Folge. Wir können dir leider keinen Grabstein machen. Ja, zieh dich hoch auf den Grabstein. Glaub mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.